hallo zusammen und willkommen zurück zum wir schwimmen durch den sonnenuntergang sieht echt schübsch aus hier ich bin gestorben wo ich unten im gang stand also wir spielen voll verbaut minecraft infinity evolved wieder mit dabei der gute brilli b und der basti genau große begeisterung ich bin gestorben wo ich unten im gang stand und wo ist dieses scheiß scharf denn genau brilli hat mich schon wieder ausgelacht und verhöhnt deswegen ist ja klar ich höre hier ein scharf ich sehe es aber nicht dann drehe ich mal um wie schnell will es hier hell und dunkel eigentlich ich habe es richtig schnell eingestellt nicht wie bei arg das normal ich bin gespannt ob ich diesmal leben zu hause ankommen ich sehe dieses scharf nicht ernstlich er wird aber ich sehe es nicht ganz ernstlich ernstlich hallo wie wieder kraft sims ding kann ich irgendwie nie mehr rein suchen weiß ich ja irgendwie schon so jetzt müssen wir hier noch rum dann nach hinten hinschwimmen hallo scharf aber sieht von weitem schon mal prächtig illuminiert aus und während ich darauf hinschwimmen nehme ich mal schluck aus meiner flasche post ja na klar nur wisp warum nicht doch nicht zumindest mal wieder in der nähe von zu hause ich mag nicht stimmen ich bin doch gleich kommt her schafe hier ist ein riesen die bache die bache wie oft ich jetzt schon gefragt wurde ob tut es weh klub da wirst du mich verarschen was sind hexen die haben auf mich gesteht ja und ja ja und du heute hoi susi das ist doch keine hohe die ich da habe wieso funktioniert das nicht mit ich habe eine iron hohe das geht dann nicht mit dem feld machen rechts drauf klicken wir nicht so der bleibt jetzt erst mal stehen weil ich keinen platz mehr habe ich habe mir aber eben erschreckt dass die guckt mich erst total lieb an wie als würden sie handeln wollen und dann fliegt mir so eine glasflasche ins gesicht das ist wie im echten leben oder stehst du hinter der theke bei dir was darf sein bam ich brauche nur einmal wasser ne ja aber du solltest bevor du pflügst das wasser setzt guck hier geht schon wieder alles zurück setzt doch da vorher wasser rein ich hab kein wasser soll ich es hier machen komm ich hab grad einen Eimer hier weil ich aber ein netter kerl bin und ich natürlich auch unter anderem mit bastis mutter schon reinen geschlecht das ist ja pulverizer so dann können wir hier hinten in die ecke immer ups die dinge hinstellen zack zack hast du schon mal kabel gebaut nö wozu ja ich bin dran nein ich bin dran es schmelzt gerade hier das ganze hat sie gelöhnt hat gelöhnt soll ich auch skystone soll ich da drin eigentlich auch das ding aufbauen ja ähm die smeltery oder soll ich die woanders aufbauen da bin ich mir noch äh warum geht denn das jetzt noch mhm warte mal ach so ja dann brauche ich ja noch äh redstone das haben wir wieder noch unten ähm ja überlegen wir mal wo sollen wir die ach das ist grad jetzt wie Peter das stinkende zombie ja gut die ähnliche kreis die ähnliche kreis nicht wahr hast du jetzt noch unten hingebaut oder was ich hab erstmal überhaupt nichts hingebaut weil da unten steht smeltery generator creator nicht generator was ist du hast grad ein achievement bekommen smeltery ja und dann liest es doch ja das ist ein achievement genau und nun ja ficken sie sich selber meine fresse der typ echt dieser typ wirklich vom herr klo ein richtiger idiot bin ich eigentlich wie so ein sechsjähriger haha der heißt Herr Klo hast du jetzt Kabel gebaut ja hier wo bist du noch mehr äh ich kann die grad nicht aufnehmen warte mal ey weil du zufrieden bist da hier sind noch mehr cool was machst du jetzt damit ja wo ist denn der Eingang von dem blöden Loch hier ja hier ja mei na so geht das aber nicht ich denk grad ich hab nur ne dreier mehr darfst du nicht ja ja alter hahaha ich hau ab fühlt er sich wieder groß als ich es war blöder typ wenn du da bist wenn du Licht siehst und das zum allerersten Mal hm ja Zwiebel was ist denn jetzt kommst du Silvester ich komm nie Silvester und short day das klappt leider nicht lad ja auch nicht den Bimbo ein hahaha ich kann doch wohl meinen Freund aus Südafrika einladen hahaha so jetzt brauchen wir hier Südafrika ok die spawnen auf dem Dach die Viecher das heißt ich werde mal auf dem Dach ein bisschen ausleuchten ausleuchten so kommen wir auch mal drauf zack zack und wenn es gleich Tag ist dann geh ich nochmal aber Kohl naja hey Mut oder was hahaha fuck ok ich hab ein Problem das merkt der brilli oder der Wisp ist doof nein der ist glaube ich nicht doof Hilfe alter noch zwei Herzen gehabt ey einen Schuss an dem Ding und ich hier tot was sie siehst du das greif mal an das hab ich schon zweimal gehitet das muss fast tot sein zöö nein wie so ein Rambo den Berg einfach am runter fallen ach es ist tot sehr gut was macht ihr da es ist in ein Spinnennetz geflogen oh Creeper und ist daran gestorben boah das hört sich immer so geil an ey das hört sich immer so geil an ey da kann der Sound von Battlefield aber anpacken Basti brauchst du Dirt? der hat hier ein bisschen Dirt released Basti äh ne erstmal nicht danke was ist denn hier gepflanzt? Potatoes oder was? ja geiler Typ machst du auch noch einen Fans? klar aus Stone bitte nicht so einen richtigen Frenchman Zaun oder wenn gibt es das überhaupt? klar doch Stone Fans gibt es boah ne ey lass es doch wirklich gibt es es gibt sogar Stone es gibt sogar Stone Gates also für jeden Geschmack wart mit dabei so dann mucken wir mal das Loch wieder zu sagte er und hatte doch noch ein paar Koppel dabei so hast du an die mal geguckt Brilli? wolltest du da machen vollmundigerweise nach der Mod die die Dinger nachlegt? ach so ne hab ich noch nicht mach mal zur nächsten Session was ist hier schon wieder für eine Hotze? äh 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 kann ich nicht aus Strings auch Wolle machen? äh äh ja eigentlich schon drei Strings oder so und dann hast du Wolle dann sollst du das doch fast reichen Wollt sie Wollt sie komm mal her Ring Ringabell so dann machen wir noch mal bisschen Graut hier sinds du Lügenbold Entschuldigung da geht mir ein einziger String oder was für drei Wetten ein String das ist aber wenn ich eben irgendwo eine Spinne ah warte mal hier ist Cockweb da krieg ich doch String aus oder? hast du ein Cockweb gesagt? da da ist das Kind äh 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 wo ist denn mein Graut? da I am Graut Sein Vater riecht nach heiter beräumt Was weiß ich was ich hier gerade rede liebe Freunde Wonach? Ich bin grad Bruder ich hab gleich drei Betten Leute was sagt ihr dazu? Zeit wirds Schöne Eichenbetten Eiche deutsche Eiche deutsche Eichenbetten hervorragend 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 die quietschen auch nicht so wenn ich über trinke drüber rutsche Wie über Polen Ab heute wird zurückgerutscht Ab 5.45 Uhr wird zurückgerutscht Mit Erdbeerkondom Schmecken machst du das? Soll ich bau uns mal eine kleine Schlafkoje? Ja Ich bin noch nicht ganz bewusst wie aber es wird schon Ja du schaffst es schon wahrscheinlich genau neben dem Maschinenraum und in der Zwischenzeit sage ich einfach mal Prost 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 So Wir können Liebe machen Ach auch geht das nicht ja der geht nicht oder wasser schwerbleiben wenn du da bist so wie ich sie es ist mir jetzt wurscht ich brauche bloß ein Wasser es geht wirklich nicht warum ist denn hier eine fledermaus er ist der jingle mann er ist der flutter flutter deine mutter deine mutter auch gar nicht das ist mein müll und dann muss ich mal gerade hier hoch steigen zertus quarts war auch eine nette sache war ja brauche ich ganz viel bald okay als bald der schielende löwe oder was bin ich hier runter also was mache ich denn hier bin ich betrunken ja mei ich weiß das nicht nach dem sechsten auge tut es weh oder nach dem sechsten auge fängt es richtig an zwickermuss zwickermuss brauche doch achst ohne achst kann ich doch gar nichts gar nichts fällen salz das salz der erde bin ich was ja genau mit sicherheit salz der erde bin ich du bist eher so ein leckstein für so kleine nager und so ein leckstein genau so eine flasche mit so einer kugel drin oder was das ist die das ist die trinkflasche ja die benutze amanoa und heute noch das ist die schnabeltasse meinst du oder was amanoa falls du das hörst loser abknicker keine eier in der hose wie 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 dichtete schon einst brösel von werner der wolf der hatte auf der hand fünf asse jetzt trinkt er aus der schnabeltasse ja wenn man keine ja wenn man einfach den atem nicht hat um kanal weiter zu führen sondern einfach dann irgendwann aufhört weil man keine zuschauer generiert dann ist es halt nein man das ist es hat doch damit nichts zu tun klar kein atem quatsch doch aber natürlich community weißt du doch die ist doch ja die ist doch voll da ja ja fast nie kommt nicht mehr viel es kommt nicht mehr viel zertus quatsch so dann haben wir also quasi so wie du jetzt so wie du es rein aus habe ich das alles wieder aufgesammelt ich bin hier vielleicht du bist das hohe ohrschloch so wo ist denn eigentlich die zweite die zweite was ist denn eigentlich hier mit dem limestone hier brauche ich ach so ich brauche ja wasser haben wir oben noch irgendwie holz und davon eine ganze menge so 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 ich habe es nicht drauf ich habe es einfach nicht drauf ja endlich er könnte so 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 ich habe wieder was nicht drauf aber egal das müssen haben wir nicht oben noch was zu essen oder überhaupt noch was zu essen wir haben wir haben doch bald kartoffeln hoffe ich wenn der bauer weiter so macht wie er soll bauerhansen wir haben das so erranst der hat bestimmt so eine riesen kartoffeln am start das schön schlager sie wir uns gegenseit wie hin der hast du den letzten switch geguckt oder wird ne ne leider nicht sieh mal froh wenn muß sieh jetzt haben wir hier energetische energie kommt in der pulverreise gerät so jetzt können wir noch schnell ein ding bauen war ja geht ja schon los hier wie bei arke hab ich schon am bärenfressen du bärenfressen und trinkst wein gibst du hoppa dennis hoppa gekiste okay jetzt fehlt es ihm bald an obvot doch dann geht er einfach in den boot und dann braucht er sich einen neuen obvot 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 was kostet die scheiße hier eine 5 5 5 ja 5 1 3 4 5 zack brennen brenne rom brenne oh hier liegen warum liegen hier eigentlich goldnuggets warum liegt hier eigentlich Gras warum liegt hier eigentlich Stroh mein ich ja Stroh Und bald ist ihr ja soweit Ja und du hast du bestimmt auch hier komplett immer auf repeat ne last-christmas und so leider nicht ich habe es dieses jahr tatsächlich noch gar nicht gehört ich auch also ich habe erstaunlich wenig ohrencreps dieses jahr bisher stimmt max was du hörst es immer wieder gerne jetzt habe ich wieder den fehler gemacht Ja mei, bin ich komplett doof, oder was? Ja mei, ich weiß auch nicht. Das ist abgerechnet. So. Wo ist unser Keller eigentlich? Der Keller ist unten. Der weiß doch noch nicht, oder was? So. Wo ist die? Was ist das? Aluminium. Ja, das ist geil. So. Ba, ba, ba. Super, Burschi. So, jetzt kommt ja da mal Eisen rin. Peng. So, also wir haben jetzt unten eine kleine, ne? Was? Verstehst du? Maschinerie? Ja. Oben läuft ein Hopper, also sprich, da ist eine Kiste mit einem Hopper und der haut jetzt alles langsam durch, was er so kriegt. Was ist ein Hopper? Ein Hopper ist ein Trichter. Ja. Habe ich noch nicht verstanden. Zeig's mir gleich mal, ne? Musst du mal runterkommen und gucken. Kannst du dich auch beeilen, weil die Folge ist nämlich in fünf Sekunden ja nicht zu Ende, ne? Ja, dann geh ich noch mal gerade runter und der Bosti muss dann in der nächsten Folge immer ein Dach draufkommen. Wir haben schon 80 Yellow Ride Oars zusammen. Ja, ich weiß, ich hab ja auch gefahren bin, Irrer. Ja, du, genau. Du hast alles alleine gemacht. Ja, hab ich alles alleine geholt. Wo bist du denn? Unten? Ich bin im Keller unten, ja. Da kommt er angelaufen. Genau. Leit du den Räumen, ne? So, mein kleiner... Kommen Sie hier um die Ecke. Das gefällt mir nicht. Ist mir egal. Ist mir egal. Das ist mir so scheißegal. Ey, was gefällt mir nicht? Das gefällt mir nicht. Was, warum? Nach welchem Prinzip wird jetzt hier was reingefüllt? Chaotisches Prinzip. Aber der Trichter, der geht doch nicht in das Impulver oder so, oder? Äh. Hier wird gerade weniger, aber das ist jetzt im Trichter drin. Warum eigentlich nicht? Ja. Zeigst mir hier deine Anlage, die so toll funktionieren soll. Nix ist. Oben ist der Eingang. Da kann ich nur müde lachen. Ach scheiße, so einen Crescent Hammer haben wir noch gar nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. Jetzt bauen wir dann da Zinn und Eisen. Hier, für dich. Was denn? Für deine tolle Arbeit. Ne Mana-Bohne. Geil, Alter. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Wo ist denn der Keller? Unten. Eingang am See. Ja, äh, Leute. Eigentlich sollte das... Eigentlich sollte das... ...den Basti noch runterkommen, oder? Eigentlich soll die das funktionieren. Achso, ne, der geht nach hinten raus, siehste. Guck mal. Ja, hab ich ja gesagt. Von der Seite, da geht der blöde Trichter nach hinten raus. Nee, ich will nicht. That's Sugar King. Musst du mal hier, äh... Ne, da brauchen wir einen Crescent Hammer. Ich hab jetzt einfach mal was so reingelegt und jetzt läuft er. Also er tut schon. Ja, das kann ich auch, wo das dieser Eingang am See ist. Du kannst... Basti, der Eingang am See, Mann. Ja, ich bin jetzt bei deinem Haus und dann ist nix der See. Also wir haben jetzt innerhalb von wenigen Folgen haben wir schon eine komplette Energieversorgung aufgebaut. Du, würdest du damit sagen, du. Ich? Nö. Jetzt ist es dunkel, jetzt schießt wieder alles auf mich. Wo bist du denn, Basti? Wieder im Harus. Aber der Keller ist ja unten am Strand. Ja, Alter, hier sind Monster überall. Achso, verstehe. Komm raus. Guck mal. Ja, der hat das Weltall auf dem Kopf. Jotti, sie ist ja verrückt. Der ist da vor mir gespawnt. So, jetzt komm mit. Warte, noch einer hier. So, dann bauen wir uns noch schnell so einen Crescent Hammer. Ein Zin... Was bist du denn jetzt? Alter, hier. Ach, hier oben. Und schon unten am See. Komm. Komm. Ach, hier. Das ist eine geile Treppe oder was? Boah. Warum hast du nur einen Pfeil im Kopf? Weil ich einfach hübscher bin mit allem. So, du bist dann nicht ein Indianer, Herr Hauptling, ich weiß. So, pass auf, ich mach jetzt hier noch einen Crescent Hammer. So, zack. Jetzt kann man nämlich die Scheiße hier... Hier ist der Maschinenraum. Pass auf, jetzt dreh ich das Ding hier. Muss der hier stehen? So, gucke. Oder warst du den Kurs eigentlich nicht? Nein, 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 der soll da nur mal prophylaktisch stehen. So, jetzt geht der Schniepel dann da unten in den Eingang rein und es funktioniert. Ja. Aber muss doch auch leer gepumpt werden. Der wird ja leer gepumpt, aber der geht erstmal von der Kiste in den Trichter und von da aus dann in den Fulverizer und von da aus dann in die Kiste. Verstehst du nicht? Übersteigt deine Kapazität. Immer vier. Was, immer vier? Da steht immer vier. Wird das denn hier wenigstens mehr? Ah ja. Gut, liebe Leute, damit wer hat denn hier Zwiebelmann? Was? Achso, ja. Oh, guck mal, hier ist eine Dich, French Design ist hier. Ja, das ist halt die Scheiße. Ei, 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 ei. Da kriegst du direkt am Deckel. Die Wand ist einfach zu dünn. Hier ist drei Ding da dick. Drei Ding da dick. Du hast gesagt zwei. Also jetzt mach mich Folge zu Ende. Du hast ja zwei Ding da dick, hat der Folge gedacht, ich mach der Folge zu Ende. Bitte, danke. Also bis zum nächsten Mal, dann machen wir hier French Design komplett in diesem sehr beengten kleinen Maschinenraum. Und ja. Ja, vielleicht ist nächstes Mal auch wieder der Mene dabei, da machen wir nämlich eine neue Session, wie ich sage. Genau, würde ich mal sagen. Und dann bis dahin, haut rein, gebt uns tausend Daumen nach oben und wehe ein nach unten, dann ist hier richtig Gewitter wieder. Dann gibt's Gewitter. Dann gibt's richtig böse Gewitter und wir erwarten auch Kommentare. Und Donations. Oh yeah. Mann, ich falle nicht. Okay, ja, dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.